So, hallo, wir machen weiter. Bei Kirby und das Vergessene Land im Hintergrund lädt gerade jetzt Part 26 hoch. Das sollte aber normalerweise nichts beeinflussen. Ich würde sagen, wir machen gleich mal die, dass das nicht immer so bis zum Schluss übrig bleibt. Dass wir mal das, mal das, mal das machen. So ein bisschen Abwechslung einfach reinbringen. Insofern, let's go. Okay, Sucherbomben haben wir hier. Okay, jetzt schauen wir mal, was die alles so können. Auf Schalterjagd. Ah, die müssen... Ja gut, die müssen halt den Schalter treffen. Ja, super, treffen die den Schalter. Okay, jetzt haben sie den Schalter. Achso, ich darf nicht, okay, ich darf die nicht weiterwerfen, sonst gehen die gleich kaputt. Ich verstehe. Ich verstehe. Ja, ich muss warten. Okay, okay, alles klar. Ja, dann habe ich es jetzt wahrscheinlich schon versaut. Ah, nee, da ist noch ein Schalter. Scheiße. Okay, dann habe ich erwischt mit. Oh, der hat die Bombe hochgemusst. Scheiße. Sehr schön. Ja, habe ich versaut, aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Insofern kein Problem, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Gut. Ich dachte, ich kann mehrere werfen, aber dadurch habe ich dann die andere explodieren lassen und das war der Fehler. Ich muss warten und geduldig sein. So, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. So. Ah, jetzt geht er erst dahin. Was soll das? Aber wie gesagt, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Alles kein Thema. Gut. Dann können wir hier die Dinger schon mal weg machen. Dann stressen die nachher nicht mehr. Nein, jetzt geht der erst dahin. Der. So, und jetzt geht er hoch. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Gerade so. Ich hätte es fast wieder versaut. Ich hätte es fast wieder versaut. Aber wie gesagt, das war nicht schwer. Das war nicht schwer. Ich hätte es auch beim nächsten Mal dann geschafft, wenn ich es jetzt versaut hätte. Aber passt schon. Hat schon gepasst. So. Okay, dann haben wir hier drüben was. Hammer. Oh, muss ich jetzt kämpfen wieder? Das ist so eine Kampfprüfung. Wilder Hammerprüfung. Ja, das sieht nach Kämpfen aus. Okay. Okay. Na. Obwohl, der Schlonz tut weh. Ups. Okay. So, weiter im Programm. Und am Schluss kommt dann der Hammertyp selbst wieder nahe. Und dann muss man sich immer dann was überlegen. Wie man da am geschicktesten vorgeht. Ich glaube, hier ist es zum Beispiel geschickter, mit dem Kreis zu gehen und nicht gegen den Kreis. Die brauchen zwei Schläge, okay. Dann so. Ich lade mal auf. Ah, das war zu bald scheiße. Okay, jetzt kommen sie. Also das geht selbst safe mit Aufladen besser. Jo. Ich habe auch nicht jetzt auf die Zeit geachtet, was ich brauche. Ich glaube, einfach nur draufhauen, das wird nicht ausreichen. So kriege ich sie zwar klein, aber das wird halt nicht die Lösung sein. Für die Zeit. So, fürs Schaffen, klar. Fürs Schaffen kein Thema, aber ich denke, die Zeit wird es nicht sein. Oh, sag bitte nicht, es ist 1,30. Dann raste ich aus. Aber ich glaube, es ist eher was mit 15 oder so. Es ist erfüllt. Okay, dann ist es nicht schwer. Dann muss ich einfach nur drauf ömmeln. Dann ömmeln wir halt einfach nur drauf. Okay. Soll mir aber recht sein, muss ich immerhin keine Strategie überlegen. Einfach drauf und gut ist. Einfach immer feste Truff. Gut. So heißt es ja sogar. So heißt es ja sogar. Lol. Jetzt habe ich gar nicht mehr einen Blick gehabt, dass es so hieß. Witzig. So, weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit dir und weg mit euch. Weg mit euch. Ach, komm. Ach, komm. So. Ja, wie gesagt, wir gehen mit. Mit dem Ding. Dann bin ich schneller bei den Gegnern. So viel dazu. So, und jetzt kommen sie aber zu mir. So. Zack. Zack. Und jetzt die Großen noch. Alles. Alles kein Thema. So, weg mit dir. Das könnte jetzt energietechnisch ein bisschen schwierig werden. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ach, Mann. Ja, scheiße. Also, das Feste draufklappt ganz gut. So, okay. Zeitlich doch. Haben wir, haben wir. Ich hatte nur Bedenken wegen meiner Energie. Ich hatte nur Bedenken wegen meiner Energie, aber alles gut. Alles gut. Bin ein bisschen Risiko gegangen, aber hat sich ausgezahlt. So. Sehr schön. Gut, 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 gut. Dann das Dritte noch. Normal. Oh, wir sind mal wieder normal. Okay. Was muss ich denn da jetzt tun? Der große Showdown. Und Kirby saugt alles ein. Okay. Okay. Scheiße. Okay, da muss ich sehr strategisch vorgehen. Okay. Kann ich die ein... Ach, ne, hier. Oh, ich bin dumm. Ich bin dämlich. Okay. Hätte ich die eigentlich kaputt... Ich hätte die gar nicht kaputt machen müssen, ne? Scheiße. Ich glaube, ich hätte die gar nicht kaputt machen müssen. Ach, kommt schon. Ah, ne, hier drüben, woher soll ich das denn wissen, wo es weitergeht? Frech. Ne, hier muss ich eigentlich gar nichts kaputt machen. Hier muss ich einfach nur durchkommen. Hier muss ich nur durchkommen. Hier muss ich jetzt wieder... Ah, okay. Dann gehen wir erst in die Mitte. Alles klar. Oh, zwei von euch oder was? Ihhh. Kann ich nicht mehr auf einmal normalerweise? Das geht auch wie nicht. Was? Oh, Mann, jetzt hat der den einfach... Oh, das hätte so schön wehgetan. So eine Kacke. Das hätte so krass wehgetan, ne? Ach, der und sein Scheißschild, Mann. Das wäre vorhin so eine krass Attacke geworden. Und er hat einfach abgewehrt. Mist. So. Und dann geht's hier nochmal... Ah, dann dauert's hier nochmal drei Jahre, bis man oben ist. Äh. Oh, das war zeitlich eine echte Geschichte. Ich hab keine Ahnung, wie viel Zeit ich brauchen darf. Aber das war auf jeden Fall viel zu langsam. Ach, du Scheiße. 43 Sekunden zu langsam. Ach, du Scheiße. Das probiere ich jetzt nur noch einmal. Das machen wir wann anders. Das probiere ich jetzt noch einmal, aber das machen wir wann anders. Da sitze ich ja drei Jahre an der Zeit. Ach, du Schande. Ich meine, an manchen Stellen muss ich gar nicht das Zeug einsaugen. Da kann ich eigentlich einfach durchrennen. Ja, das hat ja gut angefangen. Mann, wieso nimmt er denn jetzt nicht alle? Was ist denn das jetzt? Das klappt doch schon mal besser als vorhin. Come on. Nein, es hat... Das ist doch Scheiße. So, hier zum Beispiel. Das kann ich ja eigentlich einfach auslassen. Passiert ja nix. Ja, okay. Und das hab ich von... Ah, das hab ich von komplett falsch gemacht. So. Geht schon weiter. Ah, jetzt sind die aber oben. Ah, das war wieder Scheiße jetzt von mir. So, weg mit euch. Jetzt geht's unten weiter. Ja, das hab ich vorhin auch schlecht... Das hab ich von auch richtig schlecht gemacht. Ja, da hab ich auch Zeit verloren vorhin. Jetzt geht's hier oben weiter, ne? So, und hier muss ich einfach jetzt hier so durch. Das ist jetzt auch nicht das Thema. Jetzt hätten wir eine halbe... Ah, dass mich das immer da wegzieht. Aber die Boxen kann ich nicht mehrfach einsaugen, oder wie seh ich das? Jetzt krieg ich immer nur eine. Von den eigenen Sternen krieg ich halt mehrere. Und die Dinger könnte ich wahrscheinlich auch einsaugen mehrfach. Ah, das ist jetzt schlecht. Das tut halt dem nicht so ordentlich. Also, ich bin ein bisschen schneller als vorhin. Aber, ja. Ein bisschen schneller als vorhin bin ich, aber... Ja, dann kommt ja auch noch der Teil. Also, selbst wenn die zwei Minuten rum sind, äh... Immer noch eine halbe Minute zu langsam. Äh, ja, eine halbe Minute zu langsam. Ne, also, ne. Das machen wir wann anders. Da muss ich böse strategisch vorgehen. Gerade bei dem Schlusskampf muss ich richtig strategisch vorgehen. Ei, ei, ei. Aber ich dachte, man kann die Boxen irgendwie auch mehrfach, aber irgendwie scheinbar nicht. Also, das machen wir wann anders. Gut. Dann gehen wir ins Level noch rein. Marsch auf der Inferno-Straße. Okay. Ich habe schon wieder scharf geschossen hier überall. Okay. Das Mission, Essen auf Blättern. Klaue-Fleisch-Mahlzeiten von den Bestien. Ja, so kann man es auch nennen. Yo! Das war ein ordentlicher Hit, Kollege. Hast du nicht schlecht gemacht. Hier, es war ein Abflug. Ich hoffe, ich brauche dich nicht. Gleich kommt ein Hammer oder so. Aha. Nützen. Tschüss. Wie kriege ich dich denn auf? Hier ist was. Ah, ja. Nummer eins. Sehr schön. Jo, aber ich brauche dringend mehr Essen. Hilfe. Ich muss ein bisschen auf meine Energie achten. Bin gerade doch etwas sehr unvorsichtig unterwegs, muss ich gestehen. Da oben ist so ein Vieh. Kommt es wieder? Nein. Okay. Hätte ich da hochgekommt? Ja. Aber da ist einfach gar nichts. Okay, cool. Dann danke für gar nichts. Oh, oh, save eine Mission mit der Bombe, den zu töten. Scheiße. Ja, zu spät. Machst du nix. Aber es ist safe eine Mission, die Bombe zu nutzen, um den zu killen. Ah, naja. Egal. Da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Na gut. Weiter im Programm. Ja, okay. Das Spiel will, dass ich die Eisweltkeit nehme. Ist ja in Ordnung. Ich nehme die Eis... Oh, ja. Wahrscheinlich deswegen, ne? Ne. Ich dachte, man kann da vielleicht lang. Oh, kann ich... Kann ich mit der Eisfähigkeit da drüber? So entlang schlittern? Ja! Oh mein Gott. Die Eisfähigkeit macht mich einfach immun vor Feuer. Wegen. Oh, scheiße. Okay. Aber was soll ich jetzt hier oben? Ach so. Ich wollte gerade sagen. Ich habe das da unten schon gesehen, aber ich wusste nicht, was ich da oben soll. Okay. Essen wichtig und richtig. Okay, ja, dann ist die Eisfähigkeit jetzt für das Level hier sehr wichtig. Dann nehmen wir die natürlich mit. Okay. Kann ich da einfach reinfliegen oder was ist deine... Was ist meine Mission hier? Okay. Komm ich da auch wieder hoch? Hilfe? Ja. Okay. 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 Einfach einmal eine Runde gedreht. Kann man mal machen. Hui. 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 Aua. Oh, das ist jetzt schlecht. Ich brauche die wieder. Danke. Save alle Münzen einsammeln. Oh, ich darf nicht anhalten. Okay, okay. Ich verstehe. Ich darf nicht anhalten. Das ist auch interessant. Nein! Wollte ich nicht. Oh ja. Okay, ich habe nur eine Chance, darüber zu kommen. Und zwar jetzt. Oh. Wichtig. Wofür wird der denn jetzt gut sein? Ich habe noch gar nichts gesehen. War hier irgendwas? Nee, ich glaube bisher habe ich nichts verpasst, ne? Ich glaube, Zurücklauf ist keine gute Idee. Ich glaube, es geht in die andere Richtung. Oh. Wait, what? Das kann ja nicht sein. Oh, scheiße. Hätte ich... Oh, scheiße. Hätte ich damit darüber gemusst? Ist hier drüben ein Loch zum Dingsen? Hier ist was zum Kaputtmachen. Ah, okay. Okay, solange ich das nicht angreife, dürfte es nicht kaputt gehen, ne? Nein! Kirby, please. Okay, da muss ich da rüberkommen. Let's go. Okay, okay. Huh, ich hatte schon Bedenken, es geht nicht mehr. Bam! Ja, jetzt ist auch klar, was ich zu tun habe. Alles klar, rein da. Fast verpasst den Kollegen. Okay. Da drüben ist was. Da hinten ist was. Überall ist was. Hier aufmachen. So, Schalter. Der Schalter macht... Hallo! Der Schalter macht jetzt hier links was auf. Genau. Da kann ich jetzt hier das Ding aufmachen. Hier kippt halt. Dann kann ich den Kollegen hier nehmen. Nein, nicht rausgehen, du... Du Nuss. Und dann sind wir hier. Du willst mich verarschen. Du willst mich doch... Ich war doch vor... Ich war doch direkt vor ihm. Du willst mich doch verarschen. Okay, nochmal. Kein Thema. So, wenn ich halt auch nicht ständig die... die, äh... Tasten verwechseln würde, ne? So, easy. Hey, das war ja also... Also, das war ja... Und jetzt portet sie mich an den Anfang. Ja, wow. Da hätte ich nicht hinlaufen können. So. Aber gut. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Schöne Sache. Ach, seitlich kann ich da nicht ran. Okay, gut zu wissen. Ja, gibt auch Sinn. So, da unten kann ich rein. Das habe ich schon gesehen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hoch soll. Hä? Ach, da komme ich wahrscheinlich nur wieder raus. Oh. Lol. Okay, dann eben so rum. Dann eben so rum. Oh, ich brauche dringend Essen, ne? Wirklich? Dann eben zum dritten Mal. Gut. Aber ich brauche trotzdem Essen. Da ist Essen. Alter. Stopp. Erst Essen holen. Okay. Nicht viel, aber bissl was. Kann ich hier noch irgendwas tun? Ich hoffe nicht. Ein Waddle, die fehlt noch. Brauche ich dich, Kollege? Kommst du wieder? Ne, scheinbar nicht. Doch, der kommt wieder. Okay, alles klar. Dann holen wir uns unsere Schussfähigkeit. Ja, doch. Die ist schon sehr hilfreich hier. Tschüss. Tschüss. Okay, da kommt der Ring. Der von hier runtergefallen ist. Wozu habe ich jetzt die Schussfähigkeit? Also, warum war die jetzt spielrelevant? So, durchgekonnt hätte ich uns schon, ohne das. Aber vielleicht wird die ja noch relevant. Ich habe sie ja noch. Sie ist jetzt ja nicht... Oh, mein Gott. Ach so, das dreht sie... Ah, ich sehe. Du kannst schon mal einen Abflug machen, Kollege. Da drüben ist was. Wir haben auch immer noch nicht das zweite Essen gefunden. Aber das wird schon noch kommen. Tschüss. Okay. Oha, was passiert? Was? Was ist denn jetzt? Oha, okay. Okay. Was geht denn jetzt hier ab? Ach, da ist ein Boot. Chillig. Okay, hier ist nichts. Okay, aber man muss es ja mal ausprobieren, nicht wahr? War voll der Lavasee. Aber cool. Sehr coole Sache. So, der fünfte Bottle, die ist unserer. Damit haben wir die alle schon mal. Wie gesagt, uns fehlt uns noch... Uns fehlt noch missionstechnisch noch ein bisschen was. Das wird jetzt noch mal gut umgucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwo irgendwas gebrochen werden kann oder... Ja, Spiel, ich weiß, wie ich das nutzen kann. Nett, dass du es mir noch mal erklärst, wie alles funktioniert. Ich werde mal auf jeden Fall hinter das Ding hier fahren. Aua. Ich werde auch mal alles kaputt machen. Das Ding hier sieht mir auch sehr verdächtig aus. Okay. Also hier hinter ist doch safe was. Ja. Eine Mission. Da war eine Mission. Sehr schön. Hä, aber wir haben das zweite Essen nicht gefunden. Bin ich blöd? Wo war denn das zweite Essen von den Hunden? Ist hier safe nix mehr? Aber jetzt sind wir durch. Hier kommt kein Essen mehr. Ah, hab ich das verpasst. Okay. Na gut, dann müssen wir da noch mal durch. Schade. Ja, weil hier kommt kein Essen mehr. Oh, da ist ein... Wait, 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 wait. Hier ist noch was. Bin ich unfähig eigentlich? What? Danke. Okay, was taucht jetzt hier auf? Oh, die nächste Schusswaffe. Geilo. Okay, das war wichtig. Sehr cool. Aber wir müssen so oder so noch mal ins Level rein. Okay. Das machen wir beim nächsten Part. Warte, wir holen uns jetzt noch schnell die nächste Schusswaffe. Das gucken wir uns noch an. Das gucken wir uns noch an. Und dann, ja. Bis Siegel mit der Spezial-Power-Kugel. Ja, es war klar. Ne, mit der Bombe. War logisch. War logisch, dass man da mit der Bombe rein muss. Okay, also das Essen muss ich noch finden. Das zweite Essen. Wo habe ich denn das übersehen? Sag mal. Das muss... Okay, doch, ich kann es mir denken. Ich kann es mir denken, wo ich es übersehen habe. Ich bin ja mehrmals zu Spezial-Wege gegangen. Wahrscheinlich wäre irgendeiner der normalen Wege zu einem normalen Hund gegangen. Also zu einem normalen Viech. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, dann tauchen jetzt hier die nächsten Dinger auf. So, wir gehen aber kurz nach Woddle, die Stadt. Aber es irritiert mich doch sehr, dass der Spielstand bei 53% ist. Was kommt denn da alles noch? Das macht mir etwas Sorge. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ist das das Endgame? Oder ist das Postgame so riesig? Oder was? Oder wie? Oder wo? Wir werden sehen. So. Ab dafür. Jetzt bin ich gespannt. Die finale Schusswaffe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Final-Waffen sind immer richtig cool bisher gewesen. Ups. Traumentdecker klingt auch richtig nice. Oh. Sweet. Yo. Was bist du denn? Okay. Und jetzt mal den richtig krassen Schuss ausprobieren. Yo. Okay, alles klar. Sick. Gut. Ist das ein schwarzes Loch oder was soll das sein? Die Spezial-Pau ist die einzige mit der... Achso, ja. Klar. Er sagt nur zu der normalen Fähigkeit was. Alles gut. Nice. Okay. Geile Sache. Gut, dann können wir hier... Sollen wir noch... Ja, komm. Wir machen noch das Level zu Ende. Wir machen das Level noch zu Ende. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, wir spielen das Level noch zu Ende. Oh, komm. Ist okay. Machen wir das fix noch. Jetzt muss ich das erste Essen aber auch nochmal mitnehmen, ne? Weil... Also das hier war halt überhaupt nicht versteckt. So, das ist... Das andere kann dann auch nicht großartig versteckt sein. Okay. Ach, ich brauche aber... Ich muss eh die Fähigkeit gleich abgeben, weil ich die Kugelblitzfähigkeit mitnehmen muss. Darf ich nicht vergessen. Nicht, dass ich die jetzt gleich liegen lasse. Das wäre blöd. Das wäre richtig blöd. Ja, komm. Ist in Ordnung. Wo fällt die runter? Irgendwo da drüben, ne? Da fällt sie gleich runter. Genau. Okay, let's go. Ich weiß, wo die Hunde sind. Ich sehe, wo die Hunde sind. Ich sehe es. Okay. Gut. Fähigkeit haben wir. Und ich sehe, wo die... Ich sehe, was ich verpasst habe. Ich sehe, was ich verpasst habe. Hier ist ein Weg. Ah, okay. Das sind gar nicht mal die Hunde. Wobei, es geht noch... Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Es ist noch nicht... Ja. Okay. Gut. Damit haben wir alles raus aus dem Level. Wenn es gehen würde... Nein, ich muss es erst noch zu Ende schütten. Naja. Ich muss es erst noch zu Ende schütten. Na, es geht ja schnell. Glon. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Trotzdem möchte ich, wenn wir schon hier bei den Münzen sind, die auch noch alle nochmal mitnehmen. So viel Zeit. Muss sein. So viele Coins. Und wer weiß, vielleicht bauen wir es ja wirklich alle noch. Man weiß es nicht. Kapseln mitnehmen. So. So. Die Kapseln nehmen wir auch nochmal mit. Ich glaube, andersrum wäre es schlauer. Den Münzen entgegen. Und somit auch gegen dieses Ding. Jawollo. Sehr schön. So. Denn das andere Ding gehen wir jetzt natürlich nicht nochmal rein. Das ist klar. Huch. Ach, Kommentar. Lol. Direkten Kommentar zum gerade erst hochgeladenen Video. Also, was ich am Anfang des Parts hochgeladen habe. Und schon ist ein Kommentar da. Das kann doch nur Counter sein. Let me look. Let me look. Kommentare lesen während der Aufnahme. Perfekt. Gucke ich es nur in 360p oder warte ich bis fertig ist. Okay. Ja, ja, ja. Genau. Also, es ist ja auch gerade erst hochgeladen worden. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das schon komplett fertig ist alles. Ah, aber bevor ich es vergesse, gleich mal ein Herz geben. Weil sonst habe ich den Kommentar gelesen und kein Herz gegeben und dann ist das doof. So. Zack. Und weiter geht's. Okay. Ich müsste jetzt eigentlich gleich diesen Part auch noch hochladen. Damit es von heute... Nein, ist natürlich Quatsch. Wow. Ah, guck mal. Man kann die auch mit dem Eis abschießen. Das ist doch auch in Ordnung. Was macht man eigentlich, wenn man hier jetzt nicht den... Den Dings mitnimmt, den Ring? Ich meine, den Weg... Der Weg funktioniert doch auch ohne Ring. Aber das Boot funktioniert doch nicht ohne Ring. Also, was mache ich denn dann? Wenn ich jetzt den Ring nicht dabei habe. Wie... Wie lässt mich das Spiel dann jetzt hier fortfahren? Ach, dann ist hier einfach ein Extra-Ring. Ah ja, das ist ja interessant gelöst. Okay. Meinetwegen. Oh, komm, die blaue Mütze nehmen wir uns nochmal mit. Warum nicht? Es ist schon... Es ist schon... Ja, es ist schon an alles gedacht hier. So. Okay. Und ab dafür. Wir haben alles, was wir wollten. Perfekt. Plopp. Gut. Und wie gesagt, also den Normal-Kirby auf Zeit... Irgendwann. Aber... Uff. Uff. Das wird stressig. Das wird böse stressig. Und wir bekommen kaum noch neue. Jetzt ist mal wieder Neues dabei. Jetzt wieder nicht. Okay. Aber immerhin ein Neues. Eins von drei ist ja eine ordentliche Quote. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Und dann erstmal alles. Ja. Nein. Ja. Vielen Dank.